Bisschen durchwachsen, hatten Höhen und Tiefen in der Saison, also in der Hinrunde und hoffen, dass es in der Rückrunde ein bisschen besser läuft. Ich denke, der Höhepunkt waren die 2er Regionalliga beim SVB, das war eine gute Mannschaft. Ein Aufstieg in der Regionalliga wäre nochmal so toll, denke ich mir. Natürlich den Titel. We will be back!